Die Headlines des Tages. In England eskaliert die rechte Gewalt, mehr als 300 Tote bei Protesten in Bangladesch und Nehammer widerspricht Koalitionspakt-Gerüchten. Antimuslimische Krawalle in England eskalieren. Die seit Tagen andauernde Welle der Gewalt war ausgebrochen, nachdem vorige Woche im nordwestenglischen Southport bei einer Tanzparty drei Mädchen erstochen und acht weitere Kinder sowie zwei Erwachsene teils schwer verletzt wurden. In den sozialen Medien wurde die Falschmeldung verbreitet. Bei dem Täter handele es sich um einen muslimischen Migranten. In London, Liverpool, Manchester, Bristol und vielen weiteren Städten liefern sich seitdem Ultranationalisten heftige Auseinandersetzungen mit der Polizei. Moscheen und muslimische Einrichtungen werden immer wieder Ziel von Attacken. Um ehrlich zu sein, denke ich zum ersten Mal in meinem Leben über die Möglichkeit nach, dieses Land zu verlassen. Zum ersten Mal in meinem Leben. Ich habe keine Angst um mich selbst, aber ich habe kleine Kinder. Das habe ich. Für die Folgen davon werden wir alle einen Preis zahlen müssen. Diese rechtsextremen Demonstranten haben heute gelernt, wie man ein Auto anzündet. Und für sie ist es in Ordnung, morgen wieder zu tun. Sie haben gelernt, wie man einen Laden plündert. Sie werden es morgen wieder tun. Viele Menschen trauen sich aufgrund ihrer Hautfarbe in England nicht mehr auf die Straße. Premierminister Kirs Dahmer sprach von rechtsradikalem Rauditum und kündigte ein hartes Durchgreifen mit rechtlichen Konsequenzen an. Mehr als 300 Tote bei Protesten in Bangladesch. Die gewaltsamen Proteste gegen Regierungschefin Sheik Hasina halten an und forderten bereits hunderte Tote. Am Montag hat ein wütender Mob einen TV-Sender eingenommen. Hasina soll laut mehreren Medienangaben nun zurückgetreten und bereits nach Indien geflohen sein. Tausende Menschen sollen ihren Amtssitz gestürmt haben. Laut Justizminister ist die Lage im Land äußerst explosiv. Er selbst wisse nicht, was noch geschehe. Das Innenministerium hatte am Sonntag eine Ausgangssperre verkündet, die auf unbestimmte Zeit gelten soll. Davon ließen sich die Demonstranten am Montag aber nicht abhalten und riefen zu einem Marsch auf die Hauptstadt auf, um den Druck auf Hasina zu erhöhen. Die Demonstrationen waren Anfang Juli aus Protest gegen eine Quotenregelung für den Behördendienst entstanden. Der Regierung von Hasina werden unter anderem der Missbrauch staatlicher Institutionen zum eigenen Machterhalt und die Unterdrückung von Regierungskritikern vorgeworfen bis hin zur außergerichtlichen Tötung Oppositioneller. Die Umfragen verheißen nichts Gutes für die ÖVP bei der bevorstehenden Nationalratswahl im September. Die FPÖ liegt in Umfragen seit Monaten auf Platz 1. Bundeskanzler Karl Nehammer reagiert nun auf Spekulationen, wonach die ÖVP bereits mit der SPÖ und den NEOS eine Koalition paktiert haben soll. Nehammer sieht eine gezielte Desinformation. Das Interessante ist ja, dass sowohl, was ich mitbekommen habe, inhaltlich es schon so eindeutig unglaubwürdig wirkt, als auch, dass es schon so ist, dass man sieht, dass versucht wird, mit so einer gezielten Falschinformation Unruhe hineinzubringen in die politische Diskussion oder auch seine eigenen Wahlkampferzählungen als richtig darzustellen, wie vielleicht, dass es dann ein System gibt, das dann gegen andere ist, die sich dann sozusagen als Heldinnen oder Helden inszenieren wollen. Der Kanzler würde es bedauerlich finden, wenn durch solche Falschinformationen Wahlkampf betrieben würde. Bei der Wahl Ende September glaubt Nehammer trotz gegenteiliger Umfragen an Platz 1. Weitere News lesen Sie 24 Stunden online auf kurier.at. Untertitelung des ZDF für funk, 2017